okay hallo da sind wir wieder wir wollten euch vor diesem video noch was erzählen genau diese buchstabe die wir heute in den anlauten hören wollen nennt man vokale die klingen einfach nach sich selber rudy und ich haben schon einen film gemacht müsst ihr euch angucken und zwar ist das besondere an den vokalen es gibt lange und kurze vokale wir machen es den kindern einmal vor ich sage die lange und du sagst die kurzen oder 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 ihr hört gleich viele worte wo ihr euch wieder einen raussuchen müsst farbe das kennt ihr und es sind aber lange und kurze durcheinander das ist ein bisschen schwieriger wollen wir anfangen los geht's umhang organ igel erdbeere erdbeere ameise esel insel ofen u-boot afl and in dir o-pa U.Q. Oma. Erde. Ast. Indianer. Ampel. Iglu. Orgel. U-Bahn. Apfel. Ort. Elefant. Uhr. Iris. Arm. Essen. Und Unterhose. Bis demnächst.